Bevor es hier gleich richtig zur Sache geht mit deiner brandneuen Podcast-Folge, möchte ich euch zu einem Gewinnspiel einladen. Dank euch ist der Markenrebell-Podcast super erfolgreich unterwegs. Wir sind seit über zwei Jahren am Start und haben über 400 Folgen produziert. Das muss man sich einfach mal aus der Zunge zergehen lassen. Das ist der Wahnsinn. Ihr inspiriert uns durch Impulse und Anregungen, nicht zuletzt über unsere WhatsApp-Gruppe, für die ich super dankbar bin. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wir wollen uns auf diese Weise auch nochmal ganz besonders bei euch bedanken. Ich habe es ja schon angekündigt, ein Gewinnspiel, denn wir verlosen ein brandneues iPhone X, beziehungsweise wahlweise ein Samsung Galaxy S9. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach auf unsere Website gehen, wie ja schon bekannt ist, markenrebell.de und dort bis zum 30. April euch in den Newsletter eintragen. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ihr bekommt ein kostenfreies E-Book und ganz nebenbei auch noch die wichtigsten News zum Markenrebell-Podcast direkt in euer Postfach. Also einfach unter www.markenrebell.de für den Newsletter eintragen und ein echt cooles iPhone oder Samsung gewinnen. Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem Special, denn ich wurde zu einem Interview eingeladen und genau dieses Interview möchte ich mit euch teilen heute. Thorsten Brandt hat mich in seinem Podcast Masterclass of Professional Photography eingeladen und mir spannende Fragen gestellt, die, wie ich finde, nicht nur Fotografen interessant finden könnten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Thorsten beschäftigt sich schon seit seinem 14. Lebensjahr mit Fotografie, genauer gesagt mit dem Porträtieren von Menschen. Darüber hinaus ist er zertifiziertes Mitglied des Bundes professioneller Porträtfotografen in der Bundesvereinigung der Fachjournalisten, eingetragener Fotograf der Handwerkskammer zu Köln und auch noch NLP Mastercoach. Ich hoffe, Thorsten und ich können euch ein paar spannende Impulse geben und jetzt viel Spaß mit dem Interview, zu dem mich Thorsten Brandt eingeladen hat. Stell dir zwei Häfen vor. Beides sind Segelboote Häfen. Beide machen exakt dasselbe. Sehr gut ausgerestet für alle Bedürfnisse ihrer Kunden. Der Segelboote, der Mannschaft, überall gibt es Restaurants, überall gibt es Möglichkeiten einzukaufen und Übernachtungsmöglichkeiten. Beide haben sehr hohe Expertise. Beide sind sehr fleißig. Beide haben eine mega hohe, noch zu geringe Anlegegebühren, also weder zu teuer noch zu billig. Und stell dir vor, dass das Meer da draußen über die Zeit gesehen immer wieder viele, viele unterschiedliche Schiffe und Boote beherbergt benutzt wird. Jedes Boot, jedes Schiff braucht irgendwann definitiv seinen Hafen. Das steht fest wie Samen in der Kirche und früher oder später suchen alle Boote, alle Schiffe ihren Hafen. Und es sind auch immer wieder ganz viele Segelboote dabei. Mal sind sie weiter weg, mal sind sie näher ran am Hafen. Und nun stell dir vor, dass diese beiden Häfen alles fast gleich machen, nur einen einzigen wesentlichen Unterschied haben. Der eine Hafen ist so sehr mit seiner Arbeit, mit seiner Expertise, mit Geldverdienen und mit seinen Kämpfen über Steuervorschriften und so weiter beschäftigt. Und mit der Anschaffung, besseren Ausstattung, mit Wissen und ganz vielen anderen Sachen. Nur hat dieser eine Hafen einen ganz großen Unterschied zu dem anderen Hafen. Denn der andere Hafen hat als allererstes einen Leuchtturm errichtet. Der eine Hafen hat von Beginn an diesen Leuchtturm, der klar und stark und weit in die Welt und raus auf die Meere hinaus seine Signale sendet. Und zwar, dass es hier eben den Hafen gibt. Dass es diesen Hafen eben für Segelboote gibt. Und der andere Hafen, der hat bisher mit dem ganzen Stress, den er hat, über die ganzen Fortschriften und mit dem ganzen Arbeit, was er zu tun hat, ganz vergessen, eben diesen Leuchtturm zu bauen. Und ich glaube, es ist relativ leicht vorstellbar, welcher von beiden Häfen mehr Boote begrüßt. Und welcher von beiden Häfen gerade genau seine richtigen Boote, nämlich genau die Segelboote, beherbergt. Und welcher von den beiden Häfen immer sich wieder fragen muss, warum so wenige Schiffe da sind und warum die nicht genügend zahlen und warum so geringe Wertschätzung da ist, wenn sie dann mal überhaupt in Stock eingeschüppert kommen. Im Verhältnis zum Stress, den der leuchtturmlose Hafen mit den wenigen und falschen Schiffen hat, ist das Bauen eines Leuchtturms eine ziemlich leichte Aufgabe. Ist er einmal errichtet, so brauchst du dich eigentlich kaum noch drum kümmern, überhaupt Leute reinzubekommen, weil der Leuchtturm sorgt ja dafür. Und so hast du immer die richtigen Boote und vor allen Dingen die Boote im Hafen, die du auch haben möchtest. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Es geht um Branding, Markenbildung. Es geht darum, deinen Leuchtturm zu bauen. Und dazu habe ich heute einen Interviewgast, den Norman Glaser. Wer ist der Norman Glaser und was hat er überhaupt mit uns Fotografen zu tun? Der Norman Glaser, der ist geschäftsführende Gesellschafter von der Unternehmensgruppe Markenkonstrukt. 2005 hat er den Markenrebell-Podcast ganz erfolgreich an den Markt gebracht. Er ist Strategieexperte, Coach, Berater, Buchautor. Dieses Jahr, glaube ich, hat er im Frühjahr wieder ein neues Buch rausgebracht. Einige, ja, und er sorgt eben dafür, dass die Persönlichkeit als Marke herauszustellen ist und nicht das Produkt. Norman, ist das richtig? Habe ich was vergessen? Jetzt bist du da. Thorsten, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich natürlich, umso mehr von einem Podcast Kollegen eingeladen zu sein. Ja, Norman, was hältst du von Markenpositionierung? Was hältst du davon, sich sichtbar zu machen, von dem ganzen Krempel, den wir Fotografen eigentlich nicht so viel von halten? Oder wir sagen, unsere Fotos verkaufen sich ja von selber. Also ich muss sagen, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn viel mit Fotografen zu tun gehabt und habe auch viele getroffen, die das schon auch wirklich mit Bravour machen. Aber ich gebe dir völlig recht und deswegen ist auch dein Podcast und deine Arbeit so wertvoll, dass da sicher noch einiges an Potenzial schlummert. Du hast gerade gesagt, Personal Branding ist so ein Herzensthema von mir. Also so aus meinem Ursprung her komme ich quasi aus der Entwicklung von Marken, von Unternehmensmarken, habe für große Konzerne gearbeitet und dort Marken entwickelt und habe festgestellt, dass die Unternehmen am erfolgreichsten sind, die quasi Führungspersönlichkeiten haben, die selbst verstehen, eine Marke darzustellen oder eine Marke zu sein, also sich wirklich selbst als Individuum, als Marke verstehen und dann können sie diese Message natürlich auch in ihre Markenführung des Unternehmens übertragen. Und das ist ja im Grunde das, was du gerade ansprichst für Fotografen. Wenn ich mich als Fotograf als Persönlichkeitsmarke verstehe, dann bin ich auch in der Lage, mein Unternehmen, mein Studio erfolgreich nach außen zu kommunizieren. Ja, es gibt ja bei uns Fotografen, den Guido Karp zum Beispiel, der ist auch ein Konzertfotograf und wenn die Leute Guido Karp hören, assoziieren die automatisch Konzertfotografie damit. Ist das das, was du meinst? Also ist das Personal Branding? Ja, auch. Also Personal Branding ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Im Grunde ist es so die Adlerperspektive, die man gut einnehmen kann, um mal von ganz weit oben auf sich selbst zu schauen. Das fällt einem selbst dann auch immer ein bisschen schwer. Man selber ist ja so in seinem Daily Business und seinen Themen gefangen. Da hilft es dann natürlich auch irgendwie vielleicht einen Mentor oder vielleicht auch einen Kollegen, vielleicht meinetwegen auch die Ehefrau, den Ehemann, zu bitten, da mal drauf zu schauen. Wie weit wird man als solches wahrgenommen? Die erfolgreichsten Personal Brands, die ich kenne, die sind in den kleinsten kommunikativen Einheiten als Marken zu erkennen. Also wenn du von denen quasi eine Visitenkarte bekommst, dann ist allein das schon eine spannende Inszenierung. Und darum geht es im Grunde. Also sich nicht nur darauf zu verlassen, dass das Produkt, sprich das Foto, überzeugt am Ende, sondern das muss ja erst entwickelt werden. Soweit muss ja der Kunde an mich auch erstmal herantreten, sondern dass ich als Mensch, als Persönlichkeit natürlich unbedingt im Vordergrund stehen muss. Gut, muss ich mich dann auch auf der Homepage zum Beispiel oder in Facebook gläsern machen, also dass die Leute mich sehen? Oder wie mache ich das am besten? Wie kriege ich das am besten hin? Vielleicht kann ich noch einen kleinen Schlenker mitnehmen. Ich fand nämlich deine Geschichte, die du gerade erzählt hast mit dem Hafen, eine sehr, sehr coole Geschichte und würde die ganz gern ergänzen. Stell dir vor, du fährst in den Hafen und dieser Hafen hat natürlich den Leuchtturm, um gesehen zu werden. Aber er hat vielleicht auch ein tolles Kaffee, wo du genau weißt, wenn du dort dein Cappuccino trinkst, dann wird dir der serviert von einer super netten Bedienung. Und der Hafenkapitän, der ist ein super netter, wenn du anlegst, hat der schon das Strahlen im Gesicht. Also wenn wir dein Bild des Hafens, des Leuchtturms mit Menschen beleben, die einfach dir eine gute Stimmung machen, dann ist es schon fast wurscht, dass in dem Hafen, wo der Leuchtturm ist, vielleicht die Hafengebühr höher ist, als in dem Hafen ohne Leuchtturm und ohne Menschen, die für dich lächeln. Und das soll so ein bisschen auch zeigen, dass es wichtig ist, ein Stück weit von sich persönlich auch preiszugeben, vor allen Dingen das auch, dieses Verständnis zu entwickeln in den digitalen Medien, weil genau das mache ich ja, wenn ich zum Beispiel bei dir im Laden stehe, face to face. Du gibst mir ja auch was preis, du sagst mir ja auch, ohne dass du ein Wort sprichst, wie es dir geht. Das lese ich in deinem Gesicht, ob du mich anlächelst oder nicht. Also auf eine gewisse Weise bei einem persönlichen Kontakt erfahre ich ja auch ein Stück weit mehr über dich als Person. Und jetzt ist die Frage, wie viel davon transportiere ich ins Internet? Wenn ich mich nur darauf beschränke und sage, meine Arbeit, meine Fotos, sprich meine Produkte werden schon überzeugen, dann ist das wie, ich würde den Laden nicht aufsperren und die Leute können an meiner Schaufensterscheibe kurz mal schauen. Wenn ich mich aber traue, die Ladentür aufzumachen zu meinem Studio und die Leute reinzubitten, den Kaffee anzubieten, Lächeln zu schenken und zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit und interessiere mich für dich, ich kommuniziere mit dir, ich trete in einen Dialog mit dir, dann ist das, wie man sich an diesem Beispiel vorstellen kann, eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist schon spannend. Jetzt gehe ich aber nochmal einen Schritt zurück, weil, nehmen wir wieder das Restaurant im Hafen, jetzt habe ich zwei Restaurants nebeneinander. Ich kenne beide Restaurants nicht und ich sehe ja erst dann im Prinzip, ob die Servicekraft mich anlächelt, wenn ich reingehe. Habe ich denn mit Personal Branding oder mit Markenbildung schon vorher eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, sodass der Kunde eher in meinen Laden geht als in den anderen Laden? Oder ist das eine ganz andere Schiene? Das ist eine super coole Frage, weil, wenn du in den Hafen fährst mit deinem Boot und das vertaust am Steg, dann kommt natürlich der Hafenkapitän und der sagt, herzlich willkommen Thorsten, dass du hier diesen Hafen gewählt hast, ich freue mich total, darf ich dir ein Restaurant empfehlen. Nimm bitte das linke, wenn du davor stehst und nicht das rechte, weil in dem linken hast du neben dem besten Cappuccino der Welt, was eine sehr subjektive Bewertung ist, aber die tollste, freundlichste Bedienung. Ja, das heißt an diesem Beispiel auch, es geht gar nicht so sehr darum, dass du jemandem erzählen musst, dass du das breiteste und hübscheste Grinsen im Gesicht hast, sondern die Leute werden es dir erzählen. Die Leute werden es im Grunde weiterempfehlen und die Leute, die Community, die Menschen, die digital super schnell und auf innovative Art und Weise miteinander kommunizieren im Netz, die werden von dir berichten. Also es wird aus ganz anderen Quellen kommen, ohne dass du direkt mit dem Kunden ins Gespräch kommen musst. Das sind so die Synergieeffekte, die man im Digitalen hat. Okay, das ist ja im Passiven, das ist ja in der Empfehlungsmarketing. Im Aktiven wäre es aber doch so eine Art Huckebackmarketing, richtig? Zum Beispiel, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich das anstellen kann. Ich möchte nur irgendwie plastisch machen, dass du als Fotograf nicht unbedingt derjenige sein musst, der anderen erzählen muss, wie toll du als Person bist, sondern deine Wirkung, die Art und Weise, wie du dich positionierst, am Ende inszenierst, sorgt dafür, wie du dich profilieren kannst. Und welches Marketing-Tool das am Ende ist oder welcher Marketingkanal, welche Plattform, spielt dabei überhaupt keine Rolle, also im ersten Step, sondern du musst einfach schauen, dass du in deiner Positionierung einfach auch dein Thema Personal Branding, also deine Persönlichkeitsmarke, deine Werte, wofür stehst du, einfließen lässt, damit dein Produkt davon partizipieren kann, damit das Bild von dem bestlächelndsten Fotografen der Welt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, produziert wird, sodass du, wenn du zu einem Fotoshooting genau weißt, und jetzt sind wir im Bereich Inszenierung, dass das ein Erlebnis ist, wenn du dort die Fotos machen lässt. Und all das führt dazu, dass ein Multiplikationseffekt entsteht und du in der Profilierung, also wenn Positionierung, Inszenierung funktioniert, in der Profilierung im Grunde von den Nachfragen profitierst, weil die Leute per Empfehlung, per Huckepark-Marketing oder was auch immer zu dir zurückkommen. Gut, jetzt versuche ich das mal für mich rauszufinden, wie ich das aktiv nutzen kann. Kann ich das selber aktiv nutzen oder muss ich mir da zum Beispiel einen Normen Glaser holen, der mir da richtig gut unter die Arme greift? Oder gibt es da auch so ein paar Möglichkeiten, die ich da selber jetzt für mich anwenden kann? Ja, also was du auf jeden Fall selber machen kannst ist, oder jeder Fotograf, der das jetzt auch hört, ist, einfach mal alle Kommunikationswege bewusst machen, die man benutzt. Ob das eine Visitenkarte ist, eine E-Mail ist, eine Internetadresse ist, Internetauftritt ist, eine Facebook-Seite oder was auch immer oder ein YouTube-Channel oder was auch immer, was gerade benutzt wird. Und das vielleicht, wenn es irgendwie geht, davon einen Ausdruck machen. Jetzt nicht von kompletten Facebook einen Ausdruck machen, sondern einfach nur von der Fanpage einfach einen Ausdruck. Das alles nebeneinander liegen und dann überlegen, ob das alles so ein Guss ergibt. Das kann man, um einen Vergleich zu machen, mal ein ganz krasses Beispiel, kann man das auch mal mit Apple machen. Wenn du irgendwie ein Telefon gekauft hast von denen und die Website, machst du da mal ein paar Ausdrucke von und legst das nebeneinander. Du wirst feststellen, das ist wie aus einem Guss, wie aus einem Monolith geschlagen, die Marke Apple. So, und jetzt kannst du dich fragen, wie weit das mit deiner Marke auch so ist. Es geht nicht darum, Apple zu sein, sondern es geht darum, erkennt man deine Marke in deiner Visitenkarte genauso wie auf deiner Website, die ja für sich alleine steht. Wenn ich dich besuche im Internet, dann habe ich ja nur deine Website, da habe ich ja nicht deine Visitenkarte oder dein Studio. Und wo ist der gemeinsame Nenner? Ja, vielleicht als Beispiel, meine Lieblingsfarbe ist die Farbe Schwarz und die inszeniere ich so konsequent, dass sie zu meiner Marke oder zu einem Teil meiner Marke wurde. Ja, ich wollte irgendwann mal einen Hund, es wurde dann ein schwarzer Labrador. Kannst dir vorstellen, welche Farbe mein Auto hat. Ja, wenn ich ein Notizbuch brauche, ist das natürlich schwarz. Mein ganzer Kleiderschrank ist ein schwarzes Loch im Universum, also nur schwarze Klamotten drin. Warum mache ich das? Weil meine Philosophie oder meine Positionierung, die ist, das, was ich kreativ erschaffe im Bereich der Marke oder im Bereich Personal Branding, soll am Ende leuchten. Und das kannst du natürlich nur erreichen, wenn du den Hintergrund, weißt du ja als Fotograf selber, reduzierst und schwarz ausblendest. Also früher haben wir im Kommunikationsdesign Layouts auf Pappen aufgeklebt, auf schwarze Kartonpappen, um sie dem Kunden zu präsentieren. Warum? Um einfach das Drumherum, um das Layout auszublenden, damit das, was wir kreativ erschaffen haben, wirken konnte. Und diese Wirkung, das ist ja das Ziel, auch zum Thema Markenentwicklung oder Personal Branding, diese Wirkung zu erzielen, heißt, ich muss erst mal so herausdestillieren, was macht mich als Person aus? Das ist der Inhalt, also für welche Werte stehe ich? Und repräsentieren diese Assets, meine persönlichen Werte oder Vorstellungen, Glaubenssätze, repräsentiert das auch mein Kommunikationssetup? Also wenn ich als Fotograf total kreativ sein möchte, mich als kreativer Innovator verstehe, der Bilder produziert oder produzieren will, die es vorher noch nie gab, dann ist die Frage, repräsentiert das die Webseite? Sind diese Bilder auf dieser Website? Und ist die Gestaltung der Website genauso innovativ? Oder zeige ich nur ein Bild auf einer Website? Weißt du, was ich meine? Ja, und darüber hinaus natürlich dann auch Visitengarten, Facebook auftritt und so weiter und so fort. Da muss dann alles quasi stimmig sein, ein Cooperated Design, ne? Ja, also meine Visitenkarte kostet zwei Euro. Also da ist das Markenrebell-Logo per Laser reingeschnitten. Das ist ein doppelt kaschierter Karton, weil ich einfach eine Stärke haben wollte, die es so nicht zu kaufen gab, weil der Karton ist schwarz durchgefärbt und wurde also aufeinander geklebt. Und das Format ist kein klassisches Visitenkartenformat, sondern einfach schmaler. Also wenn du meine Visitenkarte hast und die in deine Geldbörse packst, passt halt keine andere Visitenkarte daneben, weil die so dick und so steif ist. Damit kannst du eine Biertischgarnitur abstützen, wenn du im Sommer draußen sitzt. Aber weißt du, was ich damit sagen möchte, ist, auch auf meiner Visitenkarte ist das Logo, Markenrebell und meine Telefonnummer auf der Rückseite in schwarz auf schwarzem Karton. Und wie oft muss ich mir die Frage beantworten, warum steht denn da dein Name nicht drauf? Warum ist denn deine Internetadresse nicht drauf? Warum ist denn da nur deine Telefonnummer? Und dann, warum alles in schwarz kann man doch kaum lesen und man kann überhaupt nichts draufschreiben? Ich meine, es steht ja vorne drauf, warum das so ist. Markenrebell. Ich werde es dir nicht bequem machen, sondern wenn du mit mir Kontakt haben möchtest, weil es dir wichtig ist, weil ich dir als Person wichtig bin, dann hast du dir meinen Namen gemerkt, als wir uns getroffen haben und ich dir meine Karte gegeben habe. Und du wirst nichts anderes brauchen, als eine Telefonnummer, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Verstehst du? Also das ist im Grunde diese Verbindung Inhalt. Wer bin ich? Markenrebell. Wofür stehe ich? Ich will unbequem sein. Ich will die Fragen stellen, die dich weiterbringen und nicht die, die dich bestärken in dem, was du bist und was du darstellst. Und Ausdruck, diese Visitenkarte wirst du niemals vergessen. Und in 99 Prozent der Fälle, in den Gesprächen, in den Face-to-Face-Gesprächen, trennen die Leute sich nicht mehr von dieser Karte. Sie spielen die ganze Zeit mit dieser Karte rum, gucken drauf, legen die einfach nicht mehr weg. Ja klar. Ist eine andere Haptik. Ungewohnt muss man mit rumspielen. Muss man erstmal Erfahrungen sammeln. Genau. Sehr gut. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Auch das, alles das, was ich sage, kannst du selber machen. Also wirklich analysieren, verstehen, dich selbst mal so diese, wie so eine Zwiebel, diese Schale abmachen und sagen, was ist eigentlich der Kern? Wofür stehe ich eigentlich? Und da geht es überhaupt nicht um deine Produkte. Es geht um dich als Person. Wofür stehe ich? Und dann baust du quasi den Mantel wieder, die einzelnen Schalen wieder draußen, also um diesen Kern herum und stellst dann fest, ist das Produkt, was ich produziere, bin das überhaupt ich? Kann ich das repräsentativ verkaufen? Kann ich das authentisch verkaufen, weil es ein Teil von mir ist? Oder verkaufe ich es nur, weil ich festgestellt habe, dass es eine Marktlücke gibt? Also diese Feststellung muss ich machen. Aber an dem Beispiel Visitenkarte kann man, glaube ich, gut erkennen, wie wichtig es ist, in die Details reinzugehen. Es ist nicht leichtfertig zu handhaben und zu sagen, ich bin doch im Internet. Ich habe doch eine Visitenkarte. Sondern die Frage zu stellen, wie wirkt denn die Visitenkarte? Also wie viel Energie ist von dir oder von wem auch immer, nicht jeder kann eine Visitenkarte gestalten oder eine Idee dafür entwickeln, aber wie viel Energie ist da wirklich reingeflossen, dass dieser Touchpoint, den du gerade kreiert hast, nämlich die Visitenkarte, als Berührungspunkt mit dir, als Person und Marke, wie viel Energie ist da reingeflossen, dass sie eine Wirkung entzündet auf der anderen Seite. Und dann kannst du davon ausgehen, dass auch mehr Nachhaltigkeit entsteht, dass die Leute drei Wochen später von dir einen Anruf bekommen und sich genau an deinen Namen erinnern. Ja, cool. Klingt spannend. Ja, so ähnlich mit den Visitenkarten ist mir gerade eben so aufgefallen. Ich habe mal eine Zeit lang oder eine relativ lange Zeit habe ich so Businessportraits fotografiert als für Firmen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, pass auf, ich brauche für mich und mein Team neue Fotos und ich will mal meine Büros fotografiert haben, dann komme ich dann natürlich auch im Anzug und Hemd und Krawatte. Und ich mochte aber dieser langweiligen Krawattenknoten nicht. Und so habe ich mir halt eben vier verschiedene, sehr ausgefallene Krawattenknoten angeeignet, die ja mehr geflochten als geknotet sind. Und hatte mir dann irgendwann mal zum Spaß überlegt, als dann irgendwelche Kunden zu mir kamen und sagten, boah, geiler Knoten, wie funktioniert der denn? Da habe ich gedacht, die Leute, die wissen, ich bin der Fotograf mit den verrückten Krawattenknoten. Die wollen wissen, wie der knotet wird. Also mache ich denen noch eine Freude und habe so eine Klappvisitenkarte entworfen, wo vorne drauf dieser Knoten abgebildet ist. Und auf der Innenseite, wie er geknotet wird. Die Bindeanleitung. Und da auf der Rückseite dann natürlich wieder meine Kontaktdaten. Und ich hatte vier verschiedene Knoten und habe mir vier verschiedene Visitenkarten machen lassen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkam, ey, da ist er, den musst du fragen, wie den Knoten. Und natürlich kommst du dann an, gibst du da die Knoten und die Leute kriegen dann automatisch halt eben auch die Visitenkarte mit den Kontaktdaten. Und sehr häufig ist dann daraus halt ein Geschäft gekommen, weil die Leute sagen, ja, ich brauche jetzt keinen Fotografen, aber danke für den Knoten. Und zwei, drei Monate später reden sie dann an, hör mal, ich habe jetzt doch ein Projekt. Kannst du mir da weiterhelfen? Und da war ich halt eben der Fotograf mit dem verrückten Krawattenknoten. Ja, du musst dann in den Dialog, und das hast du ja perfekt gemacht und super beschrieben gerade, du musst in den Dialog treten und anders sein. Also dieses Anderssein wird ja verbunden mit Spannendsein. Was wir ja nicht haben wollen, ist ja Normalität. Vielleicht auch ein schönes Beispiel. Wenn du Markenrebell bist, ziehst du keine Krawatten an. So, und jetzt renn mal bitte in die Vorstandsetage vom Axel Springer Verlag ohne Krawatte. Das ist ja, da kommst du ja fast nicht durch die Security. Weißt du, was ich meine? Und ich saß trotzdem am Tisch mit dem Döpfner und habe mich mit ihm unterhalten zum Thema Markenführung. Und du brauchst keine Krawatte, um authentisch zu sein. Jetzt nur mal als anderes Beispiel, um als Markenrebell authentisch zu sein. Das heißt, ich habe nie Krawatten an. Warum soll ich mich verkleiden? Wir haben vor Jahren, als ich so angefangen habe mit dem ganzen Thema, haben wir für Audi gearbeitet. Und ein Kumpel von mir hatte einen Porsche. Der hat gesagt, ich kann doch nicht mit einem Porsche zu Audi fahren. Weißt du, was ich meine? Also authentisch zu sein, das ist super wichtig. Und gerade in der digitalen Welt, wo die Leute einfach auch eine Nähe zu dir herstellen wollen, wo Vertrauen ein Riesenthema ist, weil im Grunde ist ja jeder im Internet ein Porsche-Fahrer. Weil du kannst es ja nicht überprüfen, womit der vorfährt. Sondern da wirklich echt zu sein und du selbst zu sein, du profitierst langfristig davon, viel mehr als irgendwas darzustellen. Vor allen Dingen auch diese, woran ja Menschen auch immer wieder interessiert sind, ist so die Nähe zu Menschen, die auch Fehler haben, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt, wie wir beide sind Podcaster, am Anfang habe ich mir voll den Stress gemacht. Ich habe mich versprochen, habe das nochmal neu aufgenommen, habe mir den Stress gemacht, das rauszuschneiden. Das ist not real, das ist nicht die Realität, sondern die Leute wollen wirklich hören in deinem Podcast, dass du in der Lage bist, einen Satz mit Fehlern zu sprechen. Ich habe mal einen Interviewgast gehabt, der hat dann am Ende selber den Podcast geschnitten, weil er alle Ams und sonst was raushaben wollte, weil er ein Rhetorik-Speaker ist und seine Community ihn geschlachtet hat, wenn er in seinem Vortrag, beziehungsweise in seinem eigenen Podcast, hat er noch einen eigenen Podcast, so wie ich gerade gesagt hat und das nicht rausgeschnitten hat. Da habe ich mir so innerlich gedacht, hey, sorry, was hast du für eine Community? Also wo sind denn die Leute, die dich als Mensch mögen und von dir profitieren wollen als dieses Dargestellte? Na ja, gut, aber auch da kann man dann, das ist ja so eine zwei, die Klinge hat ja zwei Schneiden. Er möchte natürlich dargestellt werden als Redner-Coach oder als Rhetorik-Trainer und Leute kommen zu ihm, um diese As und As loszuwerden und hören es bei ihm aber permanent oder ab und zu mal. Und die sagen sich dann natürlich auch, na ja, der kann ja selber nicht gerade ausreden, wie will der mir das beibringen? Also von daher den Gedanken dahinter kann man ja schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Die Frage ist jetzt ganz einfach, will ich Rebell sein oder wie will ich mich selber positionieren? Wie sehe ich mich selber? Das ist für mich immer so eine spannende Frage. Ja, sei Rebell, weil wenn derjenige mit dem M-sagenden Rhetoriker einen Kaffee trinken oder essen geht, wird er spätestens dann feststellen, schau mal, das ist ja genau das Gleiche, nimm mal so eine Single-Börse. Ja, wenn du irgendeinem Mädel dort sagst, hey, 1,80 groß, durchtrainiert, Bombenkörper und kommst dann zum Date mit dem Körper, den du hast, der alles andere als das ist, weißt du, dann ist die Enttäuschung da. Deswegen, ich verstehe auf der einen Seite natürlich, genau wie du gerade auch gesagt hast, dass zum Thema Inszenierung es natürlich wichtig ist, deine Reputation nach außen zu präsentieren. Völlig klar, bin ich völlig bei dir. Und okay, dann kann man jedes zweite M auch rausschneiden aus dem Podcast. Aber meine Botschaft ist, sei authentisch mit dem, was du wirklich gut kannst. Und wenn du Rhetoriker bist, der das M nicht rausbringt, dann sagst du, ich bin der geilste Rhetoriker, ich kriege nur die M's nicht los. Weißt du? Dann nimmst du das als positiven Nebeneffekt und den virtuellen Schulterschluss mit deinem Klientel und sagst, ich kann dir alles beibringen, aber die M's kriege ich selber nicht weg. Weißt du? Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, authentisch sein ist für mich auch immer eine ganz wichtige Angelegenheit. Also wenn Leute zu mir kommen, die sollen ruhig gucken, dass ich der kleine durchgeknallte Brandy bin und dass ich mit meinen Kindern im Winter und im Herbst oder Frühling mit Gummistiefeln in den Pfützen rumhüpfe, um Spaß zu haben. Ist mir halt viel lieber, als eben dieser total perfekte, allglatte Businessmann zu sein, der ich auch sein kann, wenn es sein muss, den ich aber ganz gerne doch so ein bisschen hinten anstehen lasse. Wenn es zu vermeiden gilt oder geht, dann lasse ich ihn dann doch ganz gerne weg. Weißt du, was interessant ist? Egal, ob du einen Menschen triffst oder mit dem Menschen schreibst oder Skype-Konferenz oder was auch immer, du merkst, wann sich dieser Mensch wohlfühlt. Du merkst in den Texten, und das kann man gar nicht so an Indizien festmachen, sondern es ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Du merkst, wenn ein Autor zum Beispiel ein Buch oder einen Text geschrieben hat, in welchem State er sich befand, als er diesen Text formuliert hat. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt von mir Podcast-Folgen hörst. Du wirst heraus hören, wenn du ein bisschen drauf achtest, habe ich an dem Tag einen guten Tag oder einen doofen Tag. Und ich glaube, dass wenn du das wirklich so mit deiner Passion machst und deine ganzen Feelings auch rüberbringst und den Mut hast, das natürlich auch nach außen hin so ein bisschen zu kommunizieren, wenn du jetzt eine Facebook-Fanpage hast, auch mal zu sagen, war es ein Scheißtag oder war es ein geiler Tag? Guck mal, was ich erlebt habe. Es ist immer so eine Typ-Frage. Gibt die Rampensau, die sind total laut. Und auf Facebook muss jeden Tag 35 Posts stattfinden, egal, ob das relevant ist oder irgendwie nutzbringend ist für den, der es sich anschaut. Und dann gibt es halt die, die zweimal die Woche was posten. Aber das ist denen dann total wichtig, dass sie das posten. Aber dir Gedanken zu machen, wie kann ich mich in meiner Person mit meinem Produkt nach außen hin vorstellen, jetzt sage ich ganz bewusst nicht präsentieren, sondern vorstellen, so authentisch ich das nur irgendwie kann. Aber auch mit dem Wohlfühlfaktor, mit dem Hygienefaktor, dass ich sage, ich gebe euch auch nur so viel Informationen, wie ich bereit bin zu geben und mache mich nicht komplett nackt vor der gesamten Community, wenn ich das nicht bin. Jetzt nochmal zurück zu meinen Fotografen oder zu uns Fotografen. Jetzt hast du gesagt, wir würden uns empfehlen, mal unsere Homepage auszudrucken oder zu betrachten, unsere Visitenkarten, also unsere kompletten Außendarstellung einfach mal zu gucken, ist die überhaupt stimmig? Ist da ein Wiedererkennungswert? Das heißt, wenn einer bei mir auf die Homepage geht und vorher auf Facebook war, dass der dann sagt, ach ja, das ist der richtige Fotograf, den habe ich auch auf Facebook gesehen. Darum geht es ja eigentlich, diese Wiedererkennung. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Sachen, die ich selber machen kann? Ja, also was ich jedem empfehlen kann momentan, ist das, was wir beide tun, nämlich einen Podcast machen. Das ist, glaube ich, die schnellste und einfachste Art, Content zu produzieren, auch als Fotograf. Also je nachdem natürlich, welche Zielgruppe oder welche Marktnische ich vielleicht auch besetzen will. Also ich glaube, die, die jetzt Podcasts machen, die sind die Influencer in dem Bereich, in diesem Vermarktungskanal in zehn Jahren. Das, was du heute bei YouTube gar nicht mehr schaffen kannst, so wirklich. Das kann man auf jeden Fall machen. Und das ganze Thema Storytelling natürlich. Also je nachdem, wie du bereit bist, nach außen hin aufzutreten, also wie viel Informationen du wirklich preisgeben möchtest, dann natürlich wirklich auch so ein bisschen reinschauen zu lassen und einfach mal so Gedanken zu machen, was erlebe ich eigentlich am Tag? Und wie kann ich das irgendwie mit einem wertvollen Input, den ich weitergeben kann, mit meiner Community teilen? Ich finde nur wichtig, dass es unbedingt auch einen Nutzen hat. Also jetzt nicht was posten, weil ich mich irgendwie selbst darstellen möchte, weil das sättigt sehr schnell, sondern viele machen das mit Lieblingszitaten, weil es ihnen begegnet ist. Viele machen das, indem sie einfach ihre Gedanken teilen. Es gibt Fotografen, die das irgendwie kombinieren. Ich kenne zum Beispiel einen Fotografen, der sehr eng mit Schauspielern zusammenarbeitet und dort in Abstimmung mit den Schauspielern auch die ein oder andere Story erzählen kann und was die Learnings daraus sind. Also ruhig auch ein bisschen wegzugehen von dem eigentlichen Business, um einfach mehr persönliche Tiefe herzustellen. Weil immer nur Fotos posten, da kannst du Glück haben, dass das Foto irgendjemandem gefällt, der gerade ein Foto braucht. Aber eine Beziehung herzustellen, also was wir zum Beispiel mit dem Podcast ja erreichen, ist, ich habe es heute erst wieder in meiner Community gelesen, hat sich irgendeiner bedankt, toller Podcast und irgendwie auch in diese Tagesrituale reinzukommen. Also der hört den Podcast jeden Morgen, wenn er in sein Studio fährt. Und dann bist du einfach ganz nah an deiner Zielgruppe dran und dann kriegst du auch ganz nah und ehrlich und eng das Feedback auf. Und das ist toll. Du sagtest gerade eben Storytelling. Wie sind das mit den Geschichten der dritten Person? Also zum Beispiel Kundenstimmen oder wie du gerade eben sagtest, mich hat ein Fotograf angerufen und hat sich bedankt, wow, war super. Die Dinge auch vorantreiben? Oder nur dann, wenn sie tatsächlich für dich von relevant sind? Oder geht es eher um die Relevanz der Kundschaft in dem Sinne? Also bei der Sache geht es oder generell, sagen wir es mal so, besonders bei Fotografen, weil ich finde, dass die Fotografie oder das Handwerk an sich ist ein sehr, sehr kreatives Handwerk. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den du sicher kennst, Fotografieren ist das Einfangen von Licht, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist einfach eine Kunst, finde ich, weil wir reden ja hier nicht über die Kamera am iPhone, sondern wirklich dich damit mit diesem ganzen Setup, mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass die Kreativität als solches am Ende gewinnt. Also du kannst natürlich hergehen und sagen, ich mache jetzt 15 Testimonials auf meine Website. Oder du sagst, ich fange mal anders an. Wenn ich jetzt Fotograf wäre, dann würde ich mir entweder ein Podcast-Format aussuchen oder ein Video-Format, beides möglich. Wenn du Video hast, hast du ja automatisch Tonspur, hast du auch einen Podcast. Und dann würde ich zum Beispiel die Geschichten meiner Klienten erzählen. Ich würde quasi nach einem coolen Fotoshooting im Anschluss einen Kaffee trinken, Kamera mitlaufen lassen, mit Einverständnis natürlich, völlig klar. Und dann würde ich einfach in einem lockeren Interview die Storys dieser Leute erzählen. Und dann ist es super spannend, wen du vor deiner Kamera hast, weil du hast Menschen, es sei denn, es ist ein Stillleben, wird schwieriger. Aber wenn du Menschen vor der Kamera hast, würdest du quasi diese Geschichten, egal was diese Leute erzählen, und jeder hat sicher eine spannende Geschichte, diese Geschichten würde ich promoten in einem Podcast oder in einem YouTube-Channel, wo es überhaupt nicht um Fotografie geht in erster Linie, sondern es geht nur um die Geschichte, die dort erzählt wird. Aber der Fotograf ist quasi der, der diese Person interviewt. Und damit ist diese Geschichte per se supereng mit dem Fotografen verknüpft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist mal ein Beispiel dafür, dass du auf der einen Seite, und das ist ja das, was du gemeint hast, sagst, auf der Website habe ich ein Testimonial. Die sagen, hey, war super zufrieden, tolle Atmosphäre, toller Fotograf, kann ich empfehlen. Das ist für mich so Basis-Handwerk im Marketing, aber darüber hinaus noch die Extrameile zu gehen und zu sagen, hey, ich interessiere mich für mein Klientel und ich erarbeite mir ein Format, um die Geschichten meiner Kunden zu transportieren. Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Weil das ist ja das, was wir auch häufig heute, leider Gottes, erleben, dass zu wenig Interesse uns entgegenkommt. Ja, also wie oft erlebst du das, dass du glaubst, jemand richtig gebrieft zu haben, dann bekommst du irgendwas. Beide glauben, ich habe mir was anderes vorgestellt, du hast es mir aber so gesagt, weil einfach der Dialog fehlt. Und ich glaube, gerade für ein Verhältnisfotograf, nenne ich mal Model oder die Person, die fotografiert wird, wenn da ein Vertrauensverhältnis entsteht und eine Verbindung entsteht und was Gemeinsames erschaffen wird, nämlich das Foto und das Gespräch und Interview im Nachgang, das ist eine ganz besondere Form der Wertschätzung. Und das ist für alle Beteiligten, also auch für die Community, um den Fotografen, die er sich aufbaut, für sein Klientel, super spannend, weil die natürlich auch von dieser Geschichte erfahren und den Learnings aus dieser Geschichte. Da geht es aber dann überhaupt gar nicht darum, wie der Kunde dann zu mir als Fotograf gekommen ist, sondern es geht eigentlich nur um die Geschichte des Kunden selber, richtig? Ja, es geht nur um die Geschichte des Kunden selber und ich unterstelle jetzt einfach auch mal mit der Erfahrung, die ich jetzt auch durchs Podcasting habe, es wird sich eine enorme Reichweite darum entwickeln, weil es halt nicht nur um das Thema Fotografie geht, weil du das Vertical, also nicht nur auf das Thema Fotografie hast, sondern weil du ein spannendes Storytelling hast und die Leute, unabhängig davon, ob sie jetzt ein Foto brauchen oder nicht, an dieser Geschichte interessiert sind und gleichzeitig nutzt du diese Reichweite, um dich so als Marke bekannt zu machen. Und deine Leistung als Fotograf ist ja immer kombiniert mit diesem Podcast, weil du zum Beispiel vorneweg sagst, ich bin der Fotograf, Norman Glaser und so weiter. Dann kommt die Story und am Ende sagst du, hey, wenn ihr Lust habt, Fotoshooting bei mir zum halben Preis oder irgendwie so. Aber die Geschichte, die Wertschätzung der Leute, die du fotografierst, in den Vordergrund zu stellen, um einen Nutzen zu generieren, der für viele andere Menschen wertvoll ist, das ist, glaube ich, die Extrameile, die man geben muss heute, weil alles andere, das Produkt selber, ich überziehe jetzt bewusst, ist austauschbar. Also ein Foto per se, es gibt ja ein paar Fotografen. Das Marketing, sprich Testimonials auf der Website, also wer es heute noch nicht macht, da ist schon ein Defizit da. Aber alle, die es machen, unterscheiden sich ja auch nicht. Dann ist ja die Frage, überzeugen mich die Videos oder nicht? Aber jeder andere Fotograf macht diese Videos halt auch. Sondern ich muss mir ein unverschämtes Ziel setzen, etwas Besonderes zu erschaffen, etwas Kreatives zu erschaffen, was ich mit meinem Fotografen-Dasein, mit meiner Person verknüpfen kann. Das ist cool. In dem Interview stellt ja einer die Frage, und das ist ja im Zweifel der Fotograf. Und wenn ich den sympathisch finde, wenn mir die Stimme gefällt, oder die Fotografin, es gibt ja auch Frauen, die wir hier auf keinen Fall ausbrechen wollen. Aber wenn mir diese Person sympathisch ist, ja, was meinst du, was ich mache? Die rufe ich an und sage, hey, ich bin das nächste Mal in Bonn, ich komme gerade vorbei. Super. Das ist eine coole Idee. Habe ich noch direkt aufgeschrieben. Ja, ja. Bitte machen. Ich fühle mich gerade so ein, was wir Fotografen ja eigentlich immer machen mit unserem Podcast oder mit irgendwelchen anderen Sachen, um Publikum zu arbeiten. Das ist ja eigentlich immer nur so ein Upselling, also nach oben oder unten gehen. Und hier sind ja quasi ein Crossselling. Also wir gehen ja auseinander. Wir gehen dahin, weil das eigentlich mit unserem Geschäft nichts zu tun hat, aber wir versuchen da trotzdem irgendwie dann eine Brücke zu schlagen. Ja, ich muss sagen, ich unterscheide zwei Dinge. Also ich unterscheide das Thema Marke und ich unterscheide das Thema Marketing. Also wenn du zu jemandem gehst, ist leider nicht sehr verbreitet, aber merkt man auch dann an der Qualität, glaube ich. Also viele sagen zum Beispiel, ich bin Fotograf, ich würde mich ganz selbstständig machen, ich brauche jetzt ein Logo. Wo gehen die Leute hin? Die gehen in eine Werbeagentur. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen, es ist eine Markenagentur und eine Werbeagentur. Also die Markenagentur setzt sich mit dir hin, führt mit dir einen total langweiligen Coaching- und Strategieprozess. Bis da mal bunte Bildchen kommen, vergeht eine ganze Zeit, aber du kriegst ein ganz tiefes Verständnis von deiner Person, von deinem Unternehmen und deinem Warum und wie kommst du an dein Ziel. und daraus entsteht so eine Art Positionierung mit Marken-Leitbild. Das heißt, nimm mal das Logo von Apple, ist ja der Biss in die Versuchung, deswegen ist dieser Apfel angebissen und eine ganz klare Kampfansage an IBM damals und Microsoft, weil sie einfach gesagt haben, hey, arbeite doch mit unseren Sachen, viel schicker. Das heißt, es gibt einen gewissen Anspruch an die Gestaltung der Marke, was wunderbar eine Markenagentur machen kann. Eine Werbeagentur, die hat den Job, über diverse Marketingmechanismen und Kanäle in einem Satz und in einem Bild den Verkaufsprozess zu initiieren. Das ist deren Job. Aber die Grundlage dafür ist eine funktionierende Marke. Das heißt, bevor irgendeiner der Zuhörer das nächste Mal ein Logo in Auftrag gibt, vielleicht nicht unbedingt eine Werbeagentur ansprechen, sondern jemand, der sich mit Marke beschäftigt und den Deep Dive macht, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Marke nach drei Jahren zu verändern oder gänzlich aufzulösen, was Neues zu machen, weil es langweilig oder nicht mehr State of the Art ist. Und diese ganzen Marketing-Tools, die man da so kennt, was du gerade gesagt hast, mit Testimonials und so weiter. Klar, das kann man sich aneignen, aber das Kreative, also sich wirklich zu überlegen und drei Seiten zu betrachten, also meine eigene Perspektive zu betrachten, die Perspektive meines Kunden oder meines potenziellen Kunden und die Perspektive, und das in meinem digitalen Bereich, der Community, die ich um mich herum aufbauen möchte, weil die sind ja die Multiplikatoren. Wenn ich dafür was schaffen kann, was allen dreien einen wertvollen Benefit gibt, wenn da diese Win-Win-Win-Situation entsteht, dann habe ich im Grunde das Richtige. Und da, um jetzt die Testimonials nochmal herzunehmen, das hat, ein Testimonial auf meiner Website hat für mich den Vorteil, weil irgendein anderer sagt, ich bin großartig, ja, und es hat vielleicht noch einen Vorteil für den Kunden, weil er sagt, hey, guck mal, ich bin auf der Website meines Lieblingsfotografen, ja, aber für die Community hat es keinen Nutzen. Vielleicht für einen anderen potenziellen Kunden, der auf die Website kommt und sagt, ich entscheide mich für den Fotografen, ja, aber es wird in den seltensten Fällen so sein, dass es so wertvoll ist für eine große Anzahl von Menschen, dass die bereit sind, das zu sharen. Es ist aber wichtig, es ist das Basishandwerk zum Thema Marketing, wofür ich anregen möchte in deinem Podcast, ist einfach, seid kreativ, so wie ich es gerade mit dem Beispiel, mit dem Interview, mit dem Storytelling gemacht habe, um die Storys der Kunden, die du fotografierst, nach vorn zu bringen, das ist im Grunde das kreative Handwerk, um eine Marke zu führen. Sehr cool, sehr cool. Ja Mensch, viel, viel, viel Kunde, ich habe hier schon zwei DIN-A4-Seiten voll gekritzelt. Obwohl ich sie ja selber aufnehme, ich kann mir nachher nochmal runterschreiben, aber ich muss immer sofort. Ja. Schön, wenn es gefällt und wenn es wertvoll ist. Also man muss einfach viele Dinge ausprobieren und ich glaube, mit Personal Branding haben wir eine ganz wichtige Komponente angesprochen, nämlich die Individualität eines jeden Einzelnen von uns. Und das Schöne ist, was wir jedem Hörer hier mitgeben können, ist, jeder von uns hat quasi das Geburtsrecht, eine Marke zu sein. Die wenigsten wissen aber, dass sie dieses Potenzial, diese Sichtbarkeit auch in dem Maße, wie sie sich selbst wohlfühlen, nutzen können. Ob das jetzt ein Fotograf ist, der selbstständig ist, der jetzt vielleicht ein Startup ist, sich gerade selbstständig macht oder langjährig etabliert ist, sich weiterentwickeln möchte oder vielleicht ein Fotograf auch im Angestelltenverhältnis ist. Also jeder von denen ist per se eine Marke. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bin ich bereit und wie viel Energie bin ich bereit zu investieren, um das auch sichtbar für andere zu machen und wertvoll für andere zu sein. Das ist immer wichtig. Also dieses wertvoll für eine größere, also für die Gesellschaft. Welchen Nutzen bringe ich für die Gesellschaft? Das ist das eigentlich. Ja, Resümee. Markenbildung, Personal Branding ist für jeden wichtig. Für jeden. Denn ich bin sowieso immer ein Freund davon, auch mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also wirklich auch mal wie mit dir jetzt Markenrebellen, einfach mal ein Interview zu führen, um zu gucken, wie sind deren Sichtweisen. Selbst wenn ich daraus erkenne, dass ich ja sowieso mit meinem Weg schon richtig unterwegs war, bringst du mir ja trotzdem was. Und wenn ich halt daraus lerne, Alter, du hast alles verkehrt gemacht, mach komplett neu, fang nochmal von vorne an, ist es auch wieder Gold wert. Deswegen sage ich immer, unterhaltet euch mit so vielen Leuten wie möglich, auch komplett branchenunabhängig, also wo du eigentlich gar nichts mit zu tun hast, weil da lernst du eigentlich am meisten draus. Ja, und man schaut halt gerne so in der eigenen Branche und macht es halt genauso schlecht wie der Wettbewerb. Ja, weil es halt betriebsblind, ne? Ja, ja, einfach mal in andere Branchen gucken. Also das, was ich gerade erwähnt habe mit dem Interview und dem Podcasting, hat ja per se mit dem Handwerk eines Fotografen gar nichts zu tun. Aber der Fotograf wird davon profitieren. Ja, und ich glaube, so der Satz, mach es anders, aber sei alles außergewöhnlich. Ja. Ja, das ist im Grunde vielleicht so der Satz für den Spiegel morgens beim Zähneputzen, sich darauf zu besinnen, an diesem Tag womöglich Dinge zu hinterfragen und zu sagen, habe ich die Homepage wie alle anderen Fotografen oder habe ich eine andere, nämlich eine außergewöhnliche Homepage? Und diesen Anspruch auch wirklich zu haben und zu sagen, habe ich eine Visitenkarte, die die Leute einfach nicht mehr aus der Hand geben? Ja, und ich glaube, das sind ganz einfache, überprüfbare Sätze, um mein eigenes Handeln zu beeinflussen und dann kann ich mir ja darüber hinaus noch Support und Hilfe holen. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Sind wir schon fast am Ende angelangt. Schon 46 Minuten. Noch ganz schön, wir beiden. Zum Schluss mache ich immer noch so eine kleine Quick Q&A. Einfach mal so ein bisschen rauf und runter, ein bisschen krossig, wie in jedem Podcast eigentlich so dazugehört. Wobei ich mir natürlich auch versucht habe, Fragen auszudenken, die ein bisschen außergewöhnlicher sind. Hattest du als Kind Träume und lebst du sie heute? Und wenn nein, warum nicht? Ja, ich hatte immer schon den Traum, also, sagen wir es mal so, jedes Kind will irgendwie Feuerwehrmann und Astronaut sein. Aber als es dann so konkreter wurde, hatte ich immer schon den Traum, Unternehmer zu sein und diesen schöpferischen Prozess nachzugehen. Ich bin jetzt nicht so vom Typ her, deswegen ist auch der Name Markenrebell entstanden, der so nach vorgefertigten Mustern agieren kann. Also, für mich war es immer irgendwie so dieses, was erschaffen wollen. Ja, das war immer schon so ein Traum. Und bist du sofort Unternehmer und Selbstständiger geworden oder erst nach Ausbildung, nach fünf Jahren Angestellten da sein? Keine Ahnung. Ich war zehn Jahre angestellt und das war meine Meisterschule im Grunde. Also, dort habe ich alles gelernt. Ich hatte einen wenig nahbaren Chef, aber jemanden, von dem ich jeden Tag so viel Wissen bekommen habe, dass es sich, also, dass es für mich eine Schule war und habe nebenher studiert. Also, ich habe diese zehn Jahre also einfach vollgepackt mit Wissen, um dann den Exit zu schaffen, um den Absprung zu schaffen und zu sagen, so, und jetzt bin ich dran. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und warum? Der beste Ratschlag von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Also, das war für mich wirklich ein Buch, was ein sehr einschneidendes für mich war, dass, ich spreche so gern in Bildern, weil ich bin so ein visueller Typ, ich habe nicht so viel am Hut, kann mir die schlecht merken, aber in Bildern. Kennst du diese Brummkreise von früher, die du so... Ja, klar. Geh mal schneller runter. Ja, genau. Und wenn der langsamer wird, dann trudelt der dann so und irgendwann fällt er um. Meine Erkenntnis war, wenn ich diesem Kreisel immer wieder neue Energie gebe, Leidenschaft gebe, Motivation gebe, Aufgabengebiete gebe, die ihm Spaß machen, ja, und ich bin dieser Kreisel, dann wird er nicht umfallen, dann wird er nicht ins Trudeln kommen, dann wird er sich immer schön bewegen. Und das lässt mich halt Sorge verlieren, um zu leben, um dann einfach auch zu sagen, es wird immer weitergehen und wir haben alle diese Tiefs, völlig klar, aber wir brauchen uns darüber keine Sorgen machen, weil dieses Teil wird durchschritten, wenn wir einfach weiter Energie in diesen Kreisel geben. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass wir Menschen mögen, die auch Fehler haben, die irgendwo ihre Schwächen haben. Was ist deine größte Schwäche und wie gehst du damit um? Geduld. Also ich bin jemand, der Entscheidungen wahnsinnig schnell trifft, auch auf die Gefahren, dass es eine Fehlentscheidung ist und ich kann sehr schwer auf irgendetwas warten. Also wenn ich total begeistert bin von der neuen Technologie und wir bauen da gerade ein Produkt, kann ich sehr schwer warten, dass es endlich fertig ist und gehe den Leuten auf die Nerven und sage, ey, was kann ich für dich tun, damit du, ich habe gestern zu meinem Grafiker gesagt, hey, brauchst du einen Haarschnitt, einen Kaffee, irgendwie was Süßes oder kann ich dir irgendwas besorgen, damit ich das Layout morgen habe? Also das ist mein Thema. Ah, cool. Welchen Superhelden findest du gut und warum? Ganz klar Iron Man, das ist auch der Superheld in meiner Präsentation, wenn ich über Digitalisierung referiere, einfach deshalb, weil wenn ich mir bewusst mache, dass ich vielleicht nicht unbedingt die innovativsten Prozesse lebe oder vielleicht nicht unbedingt die innovativste Technologie einsetze oder dergleichen, dann kann ich mir diesen Anzug anziehen und mir bewusst machen, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass ich mich als Mensch komplett verändern muss, sondern mir einfach nur Fähigkeiten gegeben werden, besser zu kommunizieren, meinen Alltag effizienter zu gestalten und das begeistert mich so an diesem Iron Man. Ich bin auch so ein Marble-Fan, weißt du? Also alle diese Superhelden sind meine Freunde. Ja, zur Not holen wir uns halt eben die Ressourcen von außerhalb, wie Iron Man halt eben auch. Sehr gut. Was war der schlimmste Moment für dich als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Boah, der schlimmste Moment. Ja, als ich angefangen habe mit Markenkonstrukt und meinem Partner, hast du natürlich schon so Momente, wo du sagst, okay, wo kommt der nächste Auftrag bei raus? Und wenn dir die Erfahrung fehlt, ein Unternehmen zu führen, dann ist es natürlich auch ziemlich schwierig, sich da selbst so rauszuholen. Aber was mir wirklich geholfen hat, war, mich mit Mentoren zu umgeben. Also mit Leuten, die einfach erfahrener waren als ich, die schon dort sind, wo ich hin wollte und die fragen zu können und die mir dann helfen konnten. Und wenn es einfach nur ein Telefonat war von wegen, hey, entspann dich, es wird alles gut, du wirst einen neuen Auftrag gewinnen oder sonst was. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Was war der schönste Moment in deinem Unternehmerdasein? Der schönste Moment in meinem Unternehmerdasein war der Moment, wo ich im Grunde die Firma gegründet habe. Also ich weiß noch, wo ich von meinem alten Arbeitgeber damals aufgehört habe, an diesem Tag mich ins Auto gesetzt habe und so diesen Freiheitsgedanken hatte und sagte, okay, ab morgen bin ich mein eigener Chef. Und wo ich dann die Firma aufgemacht habe mit meinem Partner, das war eigentlich so der schönste Moment. Cool. Hast du ein Lieblingszitat? Ein Lieblingszitat? Ich habe ganz viele. Die Frage ist nur welches. Was ist denn heute dein Lieblingszitat? Ich habe mir gerade eins überlegt, tatsächlich was jetzt auch für Fotografen interessant wäre und würde auch gut zu meinem Beispiel von vorhin passen. Und zwar das Zitat, ist auch ein Zitat von mir, baue eine Bühne und die Menschen werden darauf tanzen wollen. Und wenn es ein Fotograf schafft, eine Bühne zu bauen, also sprich im Podcast mit einem Interview, wo Kunden ihre Geschichte erzählen dürfen, dann glaube ich, wird es die Menschen geben, die diesem Fotograf so viel Vertrauen schenken, dass er gebucht wird. Sehr cool. Sehr cool. Du hattest gerade eben Dale Carnegie. Gibt es drei Bücher, die ich unbedingt gelesen haben sollte aus deiner Sicht? Also alle von Dale Carnegie? Sorge dich nicht, wie man Freunde gewinnt vorneweg, die beiden Bücher. Ich fand die Biografie von Steve Jobs sehr cool. Kann man sich auch anschauen, auch wenn man möchte, gleich noch Bill Gates hinterher. Und ich glaube, Biografien sind eh tolle, inspirative Werke über Menschen, die ganz viel Parallelen auch zum eigenen Leben herstellen und vor allen Dingen auch so ein bisschen Info geben, wie haben die das gemacht. Cool. Cool. Norman, hast du irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben kannst? Irgendeine Kleinigkeit aus deinem Portfolio? Vielleicht irgendwie ein, wie jeder macht, ein E-Book oder sonst irgendwas, was man sich runterladen kann. Oder, keine Ahnung, irgendwas. Gibt es irgendwas? Es ist ganz interessant, weil ich, also wir haben ganz viele Ratgeber bei uns auf der Page, markenrebell.de, für die Leute, die das interessiert. Aber wir können ja gerne Folgendes machen. Du kannst ja mit diesem Podcast, oder sagen wir es so, wer deinen Podcast bei iTunes bewertet, nimmt an einer Verlosung teil und wir verlosen ein einstündiges Skype-Coaching mit mir, wo deine Leute, die dir zuhören, mir einfach alle Fragen stellen können, die sie irgendwie beschäftigen. Boah, das ist ein Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Bewert dich selber. Ja, super. Ja, habt ihr gehört. Also, wer da jetzt nicht bewertet, ist jetzt selber schuld. Genau. Super. So, und jetzt zum Schluss nochmal einen unschlagbaren Tipp, den der Hörer direkt, jetzt sofort anwenden kann, wo er relativ zügig einen Nutzen draus ziehen kann. Aus deiner Sicht als Markenrebell. Sich an einen schönen Ort zurückziehen, der im Umkreis von 50 Metern ist, wo man so ein bisschen seine Ruhe hat, könnte der Garten sein, wird vielleicht gerade ein bisschen kalt sein, aber auch ein schöner Platz am Ofen, am Kamin oder wo auch immer und sich nur fünf Minuten Zeit nehmen, um mal wirklich rein zu spüren in so einer Meditation für sich, ob man sich mit dem, was man da beruflich macht, noch wohl fühlt. Also sich wirklich Zeit nehmen, mal wahrzunehmen und zu sagen, was sagt mein Körper, wie fühlt sich mein Magen an, wenn ich über meine Website nachdenke, über mich als Marke, wie sehen mich die Menschen eigentlich draußen und ruhig mal die Perspektive der eigenen Kunden einzunehmen oder eines noch nicht Kunden, der mich vielleicht auf der Website besucht. Einfach mal da reinfühlen und der eigene Körper wird die Antworten geben. Sehr cool. Sehr cool. Ja, man darf viel mehr auf sich selber hören oder fühlen. Viel mehr. Prima. In die Shownotes kommen natürlich deine kompletten Kontaktdaten so weit wie es von deiner Homepage beziehungsweise sofern du sie mir gibst einbinden kann. Da kommen natürlich auch deine Buchtipps natürlich rein. Norman, jetzt haben wir fast eine Stunde gequatscht. War super. Die Zeit ist ja umgegangen wie im Fluge, was immer dafür zu sehen ist, dass es sehr kurzweilig war. Hast du noch irgendwas, was du außerhalb meiner Fragen sagen möchtest? Ja, vielleicht. Also ich würde dir super viel Erfolg wünschen für deinen Podcast. Ich finde, also ich freue mich über jeden da draußen, der einen Podcast startet und ich finde, du hast auch eine tolle Zielgruppe mit dem Fotografen, die, denke ich, noch viele spannende Gespräche und Shows von dir bekommen werden. Also ich drücke dir da ganz fest die Daumen und wenn ich dir deiner Community irgendwie helfen kann, sagst du mir einfach Bescheid. Vielen Dank. Ihr habt es gehört. Wenn ihr Fragen zum Thema Markenbildung, Personal Branding habt, direkt am besten direkt an den Norman richten, weil der hat ja richtig Ahnung. Haben wir ja gerade in der letzten Stunde festgestellt und ich wusste es ja auch schon vorher. Gut, prima. Norman, ich danke dir. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal, liebe Community, denk dran, der Norman, der verschenkt hier eine Stunde geballtes Wissen. Ihr müsst dazu eigentlich nur eine Bewertung abgeben und dann gibt es eine kleine Verlosung und die lassen wir eine Woche laufen, zwei Wochen. Norman, was sagst du? Eine Woche? Wie du willst. Lassen wir zwei Wochen laufen. Genau. Damit noch mehr. Ich höre ja auch meine Podcasts nicht immer sofort am gleichen Tag. Manchmal vergeht es auch nicht. Guten Mittag. Genau. Der Podcast kommt raus. Lass mich überlegen. Am 5. Ab... Quatsch. 5. März. Eine Woche drauf. Ist der 12. März. Am 12. März wird die Podcast-Folge hier gesendet. Das heißt, wir können sie nochmal zwei Wochen länger. Das heißt, bis zum... Was haben wir denn? 28. 26. Ende März. Genau. Bis zum letzten Montag im März lassen wir das Ding einfach laufen, die Verlosung und dann wird sie auch gemacht. Prima. Alles klar. Norman, ich danke dir. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank für den super Input. Bis dann. Bye, bye. Ich danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook-Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Show Notes nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao. Bis bald. Vielen Dank.